Dankeschön, liebe Wittas, für die große Mühe. Merci, Cherie, sagt ihr auch, Postum, merci beaucoup, sagt ihr auch, Udo Jürgens, dank Google bist du jetzt weltweit. Natürlich dank den vielen Placements, die du hier akzentierst. Vielen Dank für die Ehre, wer weiß, für was es gut ist, wer das sieht. Und ich danke jetzt schon dem ersten Spielzeugpaden, der gesagt hat, ja, das müssen wir doch unterstützen, damit die Vision von Wittas weiter. Ich sage auch danke. Weiter. Nochmal. Ich sage denen auch Dankeschön. In die Panasonic-Linse. Und genau das dann sage ich merci beaucoup. Und noch auf Russisch, спасибо. Und das sind Hände des Heldens. Rechts unten die Mohammed-Ali-Hand, rechts unten ist die größte Hand des Sports, Mohammed-Ali, und links ist meine Kleine Hand. Danke. Alles Gute. Wie bitte? Nicht, kleine Hand. Dankeschön. Alles Gute. Auf Good Birthdays. Für dich. Und das ist doch, glaube ich, dein Geburtstagsgeschenk, richtig? Ja, ein bisschen Klauenbohrer. Wunderbar. Den hast du mir geschenkt. Ich hoffe, ich habe hier richtig gut Herz gezeigt. Schau mal. Ja. Schau mal die Perspektive an, die ist wunderbar. Und das Lego-Herz ist ja von Lego. Ja. Was will hier noch schief gehen für Lego? Ich schicke das, ich schicke das erst mal ohne dich und dann vielleicht nach Günzburg ins Legoland. Und dann schauen wir mal, was denn da so alles möglich ist. Denn auf der Messe, auf der Messe, auf der Messe, ich bin keine CD, die hängt. Aber ich habe hier noch ein paar so Sonderwünsche von Vitas Mobile. Kommandantzentrale, der Tiger von Ligoshima. Von Ligoshima. Für Vitas Schenke. Und noch, das ist Mamas Geburtstagskarte. Ah, okay. Ja, Vitas, dessen Träume dürfen nicht weiter agitiert bleiben. Der Vater hat ihn auf den Kopf viereinhalb Jahre geschlagen, das reicht. Dann gab es live, wie sagt man, Empfindungen über die Morddrohungen seiner Mama. Sie ist Diplomaten-Tochter. Und das ist schon das Schlimmste, was ich so erlebt habe. Ich habe die Ehre, aufgrund der vielen, vielen Vergehen des sogenannten Noch-Vaters Vitas kennengelernt haben zu dürfen. Und ich kenne ihn immer, ich hoffe immer, den lieben Vitas. Und ich werde ihm, was ich ihm schon am Anfang zugesagt habe, ich glaube am ersten Tag oder am zweiten Tag, habe ich gesagt, dass ich habe mir meine 1600 Präsidenten aus dieser Welt alle selbst aufbauen müssen und treffen müssen. Und Vorstände natürlich auch und Sportler. Und ich habe ihm gesagt, ich glaube, er erinnert sich, er hat nämlich keine Sklerose. Das, wie somebody, wie er immer sagt, dass ich jetzt einfach mir erlaube, den ersten Tag... Schöne Grüße an Frau Schäffler. Wenn die Jugend Chancen bekommt, fortschröpfeln bei Galakon.tv. Ist das ein Kart oder was ist das für ein... Dankeschön für die Daten. Es freut sich... Es freut sich... Karal... Nicht zu nah, aber nicht... Gleich, gleich, gleich. Jetzt bist du hier zu sehen. Setz dich doch mal hin, bitte, ganz kurz. So, und jetzt sehen Sie hier Vitas im Rennwagen. Und jetzt? Und hier ist er in live. Frau Maria Schäffler, zeigen Sie herz, Sie haben sehr viel für Kinder übrig. Vielen, vielen Dank, dass Ihr Sekretariat sich offenherzig gezeigt hat. Das ist der 19.07.2014. In der ersten Reihe mit der ARD. Bitte? Wunderbar. Also, Frau Schäffler, er hat gerade gesagt, er will schneller fahren. Alles Gute, bis bald. Vitas sagt Danke. Das sind Mix-Kommunikationsforen für mehr Kind, für mehr Zufallmensch. Dankeschön, du bist hier. Ein Moment, Vitas, ich mach schon. Ich bin aus Versehen rausgekommen. Nein, nein, das macht nichts. Das kommt vor. Wer nichts macht, macht keine Fehler. Ich hab was schon sehen. Nein, nein, passt schon. Du solltest besser ein Läs-Zeichen dafür machen. Stimmt. Aber, wie gesagt, wir haben ja genug Ghana-Komm-Werbung. Und deswegen macht das nichts. Google tut auch gut, wenn Google Herz zeigt. Dank eines kleinen Vielers. Aber, wer weiß, unter dem Motto, für was es gut ist, sagt Danke, Vitas, dass er richtig wieder was zum Spielen bekommt. Vitas, I hope for you ever. For your best in your life. Ghana-Komm, Mr. Wynn, weltweit. Vitas, I hope for you ever. 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 Vielen Dank.